Ich möchte die Wahrheit kennenlernen. Eine Macht, die mir helfen kann. Astrologie, Tarot, Uja. Es hat mich tiefer und tiefer gezogen. Es gibt keinen Frieden. Kein Licht. Die Dunkelheit des Okkulten hat mir alles genommen, was ich habe. Ich erkenne nicht einmal mich selbst. Es muss etwas anderes geben. Das Licht reicht mir die Hand. Jesus ist die Wahrheit und kann dich befreien. Er kann dein Leben verändern. Er spreche, wenn ich nicht etwas tun soll. Er ist die Wahrheit.